Guten Abend beim Wetter hervor. Es ist kein Schnee und somit auch kein Winter in Sicht, aber dennoch wird es heute Nacht sehr kalt. Im Bergland wird es sternen, klar aber rasch setzt der Nebel ein, zum Beispiel im Rheintal oder auch im Flachgau, Donauraum bis hinunter in die südliche Steiermark. Da wird es nebelig heute Nacht und wo der Nebel ist, ist es nicht ganz so frostig wie zum Beispiel in höher gelegenen Alpentälern. Da liegen die Temperaturen um minus 14 Grad. So ähnlich wie das Wetter heute war, wird es auch morgen. Inner früh haben wir noch ein bisschen Nebel, aber der Nebel lichtet sich dann rasch am Vormittag und dann setzt sich die Sonne durch. Nur im Norden und im Osten, da werden die Wolken ein bisschen dichter und die Temperaturen ja weiterhin zu mild für den Jänner bei zwei bis acht Grad. Zehn Grad haben wir in Südtirol und in 2000 Metern Höhe um die drei Grad. Ja, am Freitag haben wir das ähnliche Wetter mit ein bisschen Nebel in der Früh. Tagsüber dann viel Sonnenschein. Am Wochenende gibt es dann aber mehr Wolken. Am Samstag kann es im Süden auch gelegentlich etwas regnen. Regenschauer sind am Sonntag auch nicht ausgeschlossen. Und Sie sehen es an den Temperaturen, es bleibt einfach zu mild. Der 15-Tage-Trend für Wien zeigt uns vorübergehend geht es im Osten mit den Temperaturen ein wenig zurück. Die pendeln sich auf durchschnittliche Werte ein. Aber schon in der letzten Jännerwoche wird es dann wieder ausgesprochen mild. So viel vom Wetter für heute. Hier geht es weiter mit der ZIB 20. schönen Fernseher mit ORF1.